...aufgehalten wird, bewegt es sich immer schon fort und es ist immer wieder los. Und wenn wir jetzt heute auffangen, scheint es von Orten in der Eilernordnung zu kommen, wie wir sehen. Das ist Strahlung, die von hinter den Galaxien kommt. Und wenn wir so weiter auffangen, drücken wir in das Universum her. Astrophysiker können also in die Vergangenheit schauen. Das ist möglich, weil sich Licht in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, die sich nie ändert. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer in Kalaxien.